Immanuel Kant wurde im Jahre 1724 geboren. Aus seiner Heimatstadt Königsberg und deren Umgebung kam mit Zeit seines Lebens nicht heraus. Sein regelmäßiger Tagesablauf und seine professoralen Wunderlichkeiten sind Gegenstand vieler Anekdoten. Nach jahrelanger Tätigkeit als Privatdozent wurde er im Alter von 46 Jahren zum Professor an die Universität berufen. Er unterrichtete Philosophie, Mathematik und Physik. Außerdem gehörten Geografie, Naturrecht, Mechanik und Mineralogie zu seinen Lehrfächern. Im Alter von 80 Jahren starb Kant 1804 in Königsberg. Kant beschäftigte die Frage, wie der Mensch Erkenntnisse gewinnt und was er erkennen kann. Kant meint in seiner Kritik der reinen Vernunft, dass Sinneswahrnehmungen und Vernunft eine wichtige Rolle spielen. Unser Bewusstsein prägt unsere Sinneseindrücke. Der Mensch erfährt die Welt nicht nur, sondern er erschafft sie regelrecht. Er kann nicht wissen, wie die Welt an sich existiert. Der Mensch kann nur wissen, wie die Welt für ihn erscheint, was von seinen eigenen Erkenntnisfähigkeiten abhängt. Er weiß, wie sich die Welt ihm zeigt, wie er sie wahrnimmt und bewertet. Wir übernehmen bei der Erkenntnis nicht die Struktur einer objektiven Welt in unseren Geist, sondern prägen den ungeordneten Sinneseindrücken unsere Denkstruktur auf. Der Unterschied zwischen dem Ding an sich und dem Ding für uns bezeichnet Kants wichtigsten Beitrag zur Philosophie. Unsere Erkenntnisse kommen aus unserem Verstand, wie er uns vor aller Erfahrung gegeben ist. Unser Verstand bildet die Voraussetzung, dass wir überhaupt erst Erfahrungen sammeln können. Nicht unsere Erkenntnisse richten sich nach den Gegenständen in unserer Welt, sondern, ganz im Gegenteil, die Gegenstände nach unseren Erkenntnisformen. Alle Sinneseindrücke nimmt der Mensch als Phänomen in Raum und Zeit wahr. Dies sind die beiden reinen Formen der Anschauung. Die reinen Formen des Denkens unterteilt Kants in die vier Kategorien namens Qualität, Quantität, Modalität sowie Relation, die er in jeweils drei Unterkategorien aufteilt, also insgesamt zwölf Begriffskategorien. Auf ihnen beruhen Metaphysik und Logik. Diese Faktoren menschlicher Erkenntnis zeigt unser Modell. Die drehbare Kugel in der Mitte symbolisiert den Verstand mit den beiden elementaren Anschauungsformen Raum und Zeit. Diese beiden Raum und Zeit formen die ungeordneten Sinneseindrücke. Die Beziehungen der zwölf begrifflichen Kategorien auf die Anschauung werden mit den zwölf beweglichen Röhren veranschaulicht. Sie erinnern an stilisierte Sanduhren, durch welche Kugelnrinnen Sanduhren deshalb, weil die Schemata, mit deren Hilfe sich die Denkkategorien auf sinnliche Erfahrung beziehen, zeitlicher Natur sind. Kant verwarf alle Gottesbeweise, so auch den ontologischen Gottesbeweis, der aus Gottes vollkommenen Wesen auf seine Existenz schließt. Kant meint, Existenz ist keine Eigenschaft, denn sie fügt dem Begriff nichts hinzu. Hundert existierende Thaler sind genauso viel wie hundert mögliche Thaler. Die Idee der Seele, der Welt als Ganzes und des Gottesbegriffes übersteigen seiner Auffassung nach den Horizont jeder menschenmöglichen Erfahrung. Jedoch schafft die Annahme, dass es Gott gibt, eine nützliche, regulierende Kraft für das moralische Handeln. Kant zufolge beschreibt die praktische, allen Menschen angeborene Vernunft die Allgemeingültigkeit von Recht und Unrecht. Nach diesem Wissen sollte sich der Mensch richten. Den Inhalt des Sittengesetzes bestimmt Kant als reine Form autonomer Vernunft, ähnlich wie die Form des Verstandes, also vor der Erfahrung. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne, lautet Kants berühmter kategorischer Imperativ. Er bringt alle Neigungen und Beweggründe des Individuums in unserem Modell, durch die roten Pfeile dargestellt, vor den inneren Gerichtshof der praktischen Vernunft. Dort werden sie auf ihre Tauglichkeit zum allgemeinen Gesetz geprüft. Als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung kann nur das dienen, was für alle vernünftigen Wesen widerspruchsfrei gilt. Und so wird in unserem Modell als Symbol der allgemeinen Gesetzgebung ein aus vielen einzelnen Linsen zusammengefasstes Brennglas verwendet. Schneekristall, Gewitter und Pflanze im unteren Teil unseres Modells stellen die Ideen des schönen, erhabenen und naturzweckmäßigen dar, entsprechend Kants Werk Kritik der Urteilskraft. Um das schöne rote Funkeln der Kristalle des Kreises in der Mitte ästhetisch wahrzunehmen, muss man ihren ursprünglichen Zweck ignorieren. Es handelt sich hier am Modell um schlichtes Sandpapier. Ästhetik bedeutet für Kant interesseloses Wohlgefallen.